Hallo und herzlich willkommen bei WedigStars. Ich möchte mit euch heute noch einmal über den Zeichenwechsel von Jupiter sprechen. Er wandert ja am 1. Mai vom Weder ins Zeichen Stier und bleibt dort ein Jahr lang stehen. Und bei mir geht es heute darum, was dieser Zeichenwechsel für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz bedeutet. Nochmal zur Erinnerung, ich mache vedische Astrologie, nicht westliche Astrologie und bei uns stehen die Planeten in anderen Zeichen als in der westlichen Astrologie. Insofern ist es kein Fehler, wenn ich davon spreche, dass Jupiter im Stier steht. So, Jupiter ist bekannt als Planet des Glücks und der Expansion. Und das, was er im Horoskop beeinflusst, das vergrößert er dort, bringt er Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten mit sich. Schauen wir uns an, was dies jetzt für Deutschland bedeutet. Jupiter steht ein Jahr lang im 11. Haus im Deutschlandhoroskop. Das 11. Haus repräsentiert die Volkswirtschaft in einem Land. Und das sind erst einmal gute Nachrichten, denn damit kann Wirtschaftswachstum verbunden sein. Ich mache aber eine kleine Einschränkung, denn Jupiter herrscht im Deutschlandhoroskop auch über das schwierige 6. Haus. Das 6. Haus repräsentiert Missverhältnisse und Ungleichgewichte. Und diese Energie bringt er jetzt auch ins 11. Haus. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieses Wirtschaftswachstum, nicht flächendeckend in allen Bereichen stattfinden wird, sondern nur einzelne Branchen und Unternehmen davon profitieren können. Im 11. Haus steht im Deutschlandhoroskop der Planet Mars. Und auch hier übt Jupiter einen Einfluss drauf aus. Mars repräsentiert im Deutschlandhoroskop die Regierung. Und Jupiter sorgt hier für Vergrößerung. Das kann zum Beispiel die Anzahl von Regierungsämtern betreffen, also Menschen, die konkret in der Regierung arbeiten oder aber auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, in öffentlichen Einrichtungen. Alle Ämter, die Gesetze ausführen oder überwachen, die könnten vergrößert werden, personell aufgestockt werden zum Beispiel. Innerhalb der Regierung sehe ich weiterhin Uneinigkeiten, da Jupiter, wie gesagt, auch über das 6. Haus herrscht und diese Energie jetzt auch zu Mars bringt. Und das 6. Haus steht für Konflikte unter anderem. Und ja, diese Energie transportiert er jetzt zu Mars, also zur Regierung. Wir können also davon ausgehen, dass sich die Herrschaften weiter streiten werden. So, für Österreich. Jupiter wandert durch das 10. Haus der Regierung. Das zeigt viele politische Veränderungen an. Posten können wechseln. Ebenso könnte die Regierung genauso wie in Deutschland vergrößert werden. Das kann die Mitarbeiter der Regierung selbst betreffen oder auch wie in Deutschland Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Das heißt, Menschen, die Gesetze ausführen und überwachen. Hier könnten Stellen zugesprochen werden, zum Beispiel, dass die Polizei mehr Mitarbeiter bekommt oder das Ordnungsamt. Solche Dinge können damit verbunden werden. Jupiter regiert im Österreich-Horoskop über das 8. Haus der Transformation, der Veränderung. Und er bringt jetzt diese Energie ins Haus der Regierung. Deshalb gehe ich von Amtswechseln in Österreich aus. Ich vermute auch, dass dies gleich zu Beginn des Zeichenwechsels passieren wird, so im Mai, Juni, weil Jupiter dann nämlich über die Sonne im 10. Haus im Österreich-Horoskop läuft. Und die Sonne repräsentiert Politiker im Horoskop. Im August, September läuft Jupiter dann über Merkur im Österreich-Horoskop. Und Merkur repräsentiert hier das 2. Haus des angesammelten Vermögens und das 11. Haus der Volkswirtschaft. Also 2 Finanzhäuser. Das heißt, hier wird sich wirtschaftlich irgendetwas verändern, was finanzielle Auswirkungen haben wird. Ich gehe von plötzlichen Veränderungen an der Börse aus, die große Auswirkungen auf börsennotierte Unternehmen haben werden. Im Mai 2025 läuft Jupiter dann über Mars im 10. Haus. Und Mars repräsentiert im Österreich-Horoskop das 4. Haus der Bevölkerung. Und er repräsentiert Immobilien und die Landwirtschaft. Auch hier müssen wir dann mit Veränderungen rechnen, die unerwartet kommen in diesen Bereichen, aber die auch Möglichkeiten für Neuanfänge bieten. Es könnte in dieser Zeit auch Korruption aufgedeckt wird im Zusammenhang mit Immobilien oder Landwirtschaft. Und das wird dann sehr positiv für die Bevölkerung sein. Für die Schweiz ist der Transit von Jupiter durch den Stier sehr vorteilhaft. Die Schweiz hat nämlich einen Skorpion-Aszendenten. Das heißt, Jupiter steht jetzt genau gegenüber vom Aszendenten und bestrahlt damit das ganze Land mit Glück, mit Chancen und mit Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir insbesondere im Finanzwesen in der Schweiz Veränderungen sehen werden. Ebenso sind neue Vertragsabschlüsse möglich. Denn Jupiter regiert über das zweite Haus des Vermögens und das fünfte Haus der spekulativen Geldanlagen und läuft durch das Haus der Beziehungen und Verträge. Jupiter ist an sich ein sehr positiver Planet für die Schweiz und der Stier ist das Finanzzeichen im Horoskop. Deshalb gehe ich von positiven finanziellen Veränderungen im Land aus. Jupiter aspektiert außerdem das dritte Haus des Handels und das elfte Haus der Volkswirtschaft. Das heißt, auch für die Wirtschaft kündigt sich im kommenden Jahr eine positivere Zeit an mit Chancen und Wachstumsmöglichkeiten. Das Thema Diplomatie wird außerdem für die Schweiz oder die Schweizer im nächsten Jahr wichtig werden. Ich vermute, dass Schweizer hier eine wichtige Vermittlungsrolle einnehmen werden. Und da auch Uranus ab Juni in den Stier wandert und Uranus immer für neue Trends sorgt, könnten auch neue diplomatische Beziehungen für die Schweiz entstehen. Das war meine kleine Analyse über den Zeichenwechsel von Jupiter, von Wetter in den Stier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über ein Like, ein Abo meines Kanals oder einen Kommentar unter meinem Video.